Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf Live-Radio mit Dominik Süß. Damit könnt ihr eure Gäste richtig cool imponieren und zwar mit einem gebeizten Eidotter. Den könnt ihr wie Parmesan übers Essen reiben. Dominik, ich brauche eigentlich nur ein Eidotter, Salz und Zucker. Genau, du nimmst Dotter und Zucker, Salz mischen wir eins, eins. Wenn es richtig cool ist, kannst du auch den Donau Kräuter oder Gewürze dazu tun. Da kann sich Zucker, Salz sein. Ich nehme dann einfach eine Dose und da gebe ich mir wirklich schein Zentimeter bodenbedeckt die Mischung ein, die Beize. Und da lege ich genau den Dotter ein. Und obendrauf dann die zweite Hälfte, also wieder von der 50-50 Mischung, dass das schein bedeckt ist. Dann stelle ich mir das einfach in den Kühlschrank rein, da kann nichts passieren drinnen, weil es ist eh kühl sowieso. Ich sage mal fünf Tag mindestens, beizt das. Dann wirst du merken, das ist einfach fester, das ist ein bisschen Gummibärle-artig. Dann kann ich es sogar abspülen und dann muss es aber noch trocknen. Oder daheim würde ich es einfach ins Bock rein, da 60 Grad und am Nachmittag drin lassen, dass es wirklich komplett trocken ist. Was tue ich dann mit dem Harten-Dotter? Das ist das Geilste. Ich kann jetzt verwenden wie Parmesan zum Reiben. Und reibe mir das über ein Nudelgericht drüber. Ich mache mir eine coole Vorspeise. Du hast den salzigen Geschmack, ähnlich wie bei Parmesan. Du hast ein Umami dabei, du hast aber auch eine Cremigkeit vom Ei und so. Und da habe ich immer so drei, vier Stück, aber immer daheim, weil ich das einfach voll gerne drüber reibe. Perfekt gekocht in einer Küche von Eilmannsberger. Denn am Ende schreibt man Küche mit E.